Und da sind wir wieder! Mit tollen Sachen! So! Einfach nur die Straße geradeaus Ah, jetzt habe ich schon wieder diese grummige Steuerung mit der Doppel-I-Cardus, ja? Ja, genau. Wir haben gerade einen Rucksack gekauft Und... Ein mordsmäßiges Ding da hinten ranne Wollen wir mal lang? Die nächste links Also hier... ne, hier nicht Nee, das... ja, noch weiter, noch weiter Ja, hier, jetzt nix Alles klar Ey, hier ist 30, jetzt ohne Ja So, das Auto kannst du hier irgendwo rechts parken Okay, kann ich hier rauf fahren? Ja, schließlich haben wir hier rechts hin, muss ja nur nicht so offensichtlich sein Aber, das Auto kann man wie gesagt noch aufknacken Okay So, ich würde jetzt so parken Genau Äh, aussteigen, so Jetzt noch mit U abschließen, ja? Warte, ich habe es gerade schon zu ihm gemacht Achso Mach du nur mal Gut, biep biep Jetzt siehst du, jetzt kommst du nicht ran Äh, jetzt hält er diese Wache schon wieder so komisch Ich habe da noch einen Bootenmiche erbt Gut Und ja Achso, das kannst du quasi auch wieder an seiner Tafel rausholen Ja Sozusagen Auszaubern Auszaubern, aha Bootsladen Warte mal, ist hier keine Boots Garage? Jop, ich habe gerade Standbild Ich glaube du bist rausgeflogen, oder? Nein, jetzt bin ich wieder da Ich hatte gerade nur ein ziemlich großes Standbild Ach hier, Boot Garage Aktualisieren bitte 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 Jaaaa, ich habe noch das dickste Boden was es gibt Was? Da ist es Was? Was? Oh Äh, warte Oh Aktualisieren Ach, jetzt unter Wasser Ach, unter Wasser zieht er sofort die Wache, oder was, der Kollege? Jetzt hast du auch einen Schlüssel, du kriegst das Boat Yay So, wir krabbeln ja mal rein So Boah Wie finde ich denn das? Super Boah So Wir fahren jetzt zum Naturschutzgebiet Äh, wo ist denn das? Ach, alles klar Na denn? Auf geht's Was denn so, Steuerung so schwer? Ja Okay Ich werde eben ganz nass Kann ich eigentlich von den aus dem Boot rausschießen? Ich glaube nicht Äh, nicht wirklich Okay Soll ich dir eine Richtung ansagen? Äh, warte mal, ne Warte mal Kurz Kurz eigentlich mal was gucken Und zwar zu der Steuerung, weil das geht mir jetzt lange, wenn wir auf links Und zwar heißt es Ohrschlüpse einsetzen und das macht man mit Shift und U Ohrschlüpse einsetzen? Achso Shift und U Da hast du, ich habe jetzt 95% Abschwächung, oder? Alles klar Das ist gut, aber wo es ganz schön laut ist Ja, ich sehe es gerade, jedenfalls ich höre es gerade Aha So, wir kommen ein bisschen angenehmer Ja, also solange wir im Boot sitzen, werden wir das mal machen So, wir fahren jetzt ins Naturschutzgebiet und sollen meine seltene Kröten Achso Nein, die Arm-Juddies Ja, also unser Plan ist, äh, Schildkröten zu erschießen Wir, wir gucken mal unter Marktpreise, was kriegt man für eine Schildkröte? Oh, das ist noch 3300 Äh, Schildkröte, äh, achta Aha, und der Prozentwert ist jetzt zur Zeit, äh, im Minus, weißt du also Ja, weil das anscheinend viele machen Es gibt ein Überangebot Okay Aber wir werden uns das trotzdem nicht loben und werden ein bisschen tauchen gehen Yay So, wie weit sind wir denn noch? Ach, sind wir ja gleich da Gib mal Vollgas Juii Ach, ich kann ja auch schön unter Wasser gucken Ja, gut, man sieht nicht viel Gibt's hier auch Haie? Ich glaube nicht Okay Gut, gut Gucken wir mal, ob hier irgendwo eine andere Boote sind Die Karte ist auch schon nie weitig groß, ja? Hast dunkle Materie, was ist denn das? Seh ich gerade oben rechts in der Karte Äh, das ist auch was Illegales Ja, na gut, äh Was? Da unten im Chat? Ja, jemand so nett und könnte ein Helikopter leiben Wir brauchen nicht viel Koks Ja, die machen ja nur richtig illegale Sachen Äh, ja So So, wir sind da, oder? Ja, wir sind drinnen, ja Ich hätte ich dafür halt auch hier angleich Na denn So, warte, ich muss das Was ist das? So Ui Was heißt denn, pass auf Hi Wo? Quatsch Verarsch mich nicht Meinte so, ey Äh, ich mach das Boot zu Aber siehst du, das fährt nämlich ein Stückchen weg Okay Wollen wir uns einen Zielmarker hier hinsetzen? Wäre das vielleicht sinnvoll? Ja Das ist jetzt noch nicht erforderlich Es bewegt sich Ich hab jetzt mal Ich hab jetzt mal einen Zielmarker gesetzt Ja, damit man das Boot auch wieder findet Ich schwimm jetzt da unten erstmal Folge mir Ja, ich folge dir unauffällig Guck mal, da unten schwimm was So, guck mal Also jeder Jeder sieht, äh Sein Bild So, also die Fische, die ich sehe, siehst du nicht Okay Ähm Ja, ich seh dich auch grad nicht Ach, da oben bist du Ich bin schon über dir Ähm Kann ich dich jetzt auch abschießen unter Wasser? Also Wir gucken mal was hier Oh ja Also du Kannst mich anschließen, was soll ich Nicht machen Äh, Thunfisch bringt 2000 Ne, oh Thunfisch bringt 12.000 Äh Thunfisch ist ein Großer Fisch, ne? Ja, ja Also Thunfisch kenn ich noch Den Fynn müssten wir ja auch finden Also wie gesagt Ich sehe nicht Also du siehst Wir sehen beide nicht die selben Fische Äh, okay Das ist jetzt, äh Was gibt's denn noch für Fische? Dahinten ist ein ziemlich großer Guck mal Wo ist der nächste? Naja, den sicher nicht Also der muss groß sein Nicht lange Zungen, aber groß Weil er ist so groß wie einer selber Und dann kann ich den abschießen, oder wie? Den äh Gehst du da ran, schießt auf den Und wenn der Oh, warte mal hier Das sieht nach dem Hut nicht aus Ja, ich hab Wenn das aus Ich schießte den auch Achso, ich hab ja noch die, äh Augenstöppe drinnen Ja, anscheinend musst du näher ran gehen auch manchmal, ja? Ja Ja Denn wenn der, wenn der Fisch tot ist Gehst du schwimmst da ran und drückst E Nee Der will irgendwie die tot gehen Er muss richtig nah ran, manchmal ist das ein bisschen verpackt Weil ich sammle auch gerade den Fische nicht ein, den ich erschossen hab hier Ja Wie viele Schüsse, wie viele Schüsse brauchen wir? Ja Ach, ich hab mir eigentlich damit Äh, du musst richtig nah ran schwimmen, also dadurch dass die Waffe ja unter Wasser schießt, äh Ja Ich hab jetzt einen Thunfisch gefangen und der Thunfisch bringt 12.000 Das Stück Also ich hab jetzt einmal 12.000 Ich hab jetzt gleich ein ganzes Magazin weg und der stirbt einfach nicht Wie sagst du, schwimm richtig nah ran? Ja, ich bin direkt neben den schon Und dann, dann zoomen ran auch Und dann werden wir mal gucken, was wir hier Wie gesagt, und dann nur Thunfisch machen, wenn du den kriegst Hopp mal, hier schwimmt doch gerade einer, so ein dicker hier Äh Nee, das ist ein kleiner Fisch Ach, der ist Nachhilang, ja, doch Hm So, also Ja, geht's doch schon gar nicht mehr Der stirbt nicht Äh So richtig schön da dran und Gibt den? Ja, ja, ich war direkt neben den Dann mach mal einen Schuss langsam nach den anderen Und nicht so schnell Ich hab ja noch ne Schildkreté von dem, wo ich mir noch Geld Dann versuch mal deine Magazine nicht, äh, aufzubrauchen, sondern, äh, immer rechtzeitig nachzulernen, dass das Magazin nicht leer ist Okay Mach der Äh Also wenn du ne Schildkröte siehst, schießt die mal, versuchst die mal von unten in der Mitte zu schießen Und, äh, mit der Windows-Taste sammelst du den Fisch auf, wenn der sich nicht mehr bewegt und du meinst der ist, ja, Sturm Ja, ich glaube bei dem Fisch höre ich jetzt mal auf, äh, ich suche meinen neuen Genau Er ist noch ein bisschen verpackt manchmal, also ich, so ein Thunfisch, der ist oben blau und die Schildkröte Ja, also das sah auch wirklich nach, äh, ja, kein, äh, das sah auch wirklich nach dem Thunfisch aus, also Ja, weißer Bauch, äh, oben blau, schön groß, wie halt einer aussieht Ich hab jetzt drei Schildkröte, und mit der linken Windows-Taste sammelst du die Fische auf Okay Na, ich tauch mal hier noch weiter, was haben wir hier noch schönes Am besten nur diese Fische, weil die bringen halt tragsmäßig viel Okay Und Fisch und Schildkröte, ich guck mal, was es noch so gibt in den Marktpreisen Mhm Ehring, äh, Katzenheil bringt bloß 1077 Hm, ich find hier auch gerade gar nix So, wenn du natürlich oben die Zeissirene hörst, so würde ich nicht grade auftauchen und sagen, hallo Äh, äh, ja Ja, ich hab hier noch einen anderen Fisch, aber der ist anscheinend, keine Ahnung, was das für einer ist Ich bin ein Katzenhai, aber wie gesagt, hier gibt's aber auch keine Tiere, die ja jetzt gefährlich werden können Das ist ein Tier, was ja im Wasser gefährlich ist Das ist ein Bundesheiler Ja, äh, wir sind hier in Naturschutzgebiet, das heißt ja nicht, dass wir hier nicht sein dürfen, ja Äh, wir haben uns ja, die müssen uns ja nicht gleich erwischen Ja Kontrollieren? Ja, ich guck mir das nur halt nur an hier, aber was ich, äh, weißt du, so Wird ja auch so verschwommen bei Nein, alles gut Äh, ich find hier ein Reihen gar nix Ich muss schon ein bisschen rum Hm, bist du weiter so glücklich rum, oder? Ich bin eigentlich unter bei uns in der Nähe vom Boot Ja, ich auch, aber Na gut Guck mal kurz nach oben Äh, meinst du, der kontrolliert uns jetzt noch? Ist das Polizei? Bist du oben? Schwimm doch mal schneller, Kollege War ein kleiner Heli So Aber Area is clear Äh, ja Ich gucke trotzdem mal Jetzt bin ich fast irgendwo Oh, ich wohne 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 Ich komme mit her Und hol mir ein paar Das geht leider nicht Ja, ich sehe nur Angriffe Äh, welcher Tiefe bist du unterwegs? Äh, das ist natürlich Einfach mal ein bisschen schwimmen Und du wirst sehen Okay Borden seine halt immer so Hm Wenn du weißt, der Thunfischpreis relativ halt oben Also, 12.000, das ist Jaa Tolle Was ist denn das? Ah, eine Schildkröte Die können wir noch mitnehmen, oder? Ja Am besten unter die Schildkröte schwimmen Ja Und so in der Mitte vom Panzer schießen Du musst nicht mal nah genug ran sein Du drückst einfach die linke Alt-Taste Und dann sammelst du das ein Okay Mach immer mit einem Schuss Die Schildkröten Mit einem Schuss? Ja Kann aber auch daran liegen Da dicken Wenn ich da guter Schütze bin Ach so Okay Äh Ja, also Keine Ahnung, was das bei mir ist Ich kriege irgendwie nichts kaputt Auch die Auch die Schildkröte nicht Ja Schwimm nichts zu nah ran Nein, danke Ich bin gerade hinter dir Ich sehe ja die Schildkröte nicht, aber Die ist jetzt genau über mir Die ist jetzt genau über mir Ha, das ist aber doof Das ist echt merkwürdig Das hetzt doch nicht Ähm Da kommt noch eine zweite Schildkröte Ja Und einen Thunfisch sehe ich auch Ja Genau, da geh ich schon mal an den Thunfisch ran Okay Hm Versuch mal immer in der Mitte von diesen Thunfisch aufzuschießen Ja ja, ich versuche es Hm Geht bei mir wieder nicht Du hast doch auch die richtige Waffe gekauft, oder? Ja, naja klar Das sind doch dieselbe Waffe wie ich hier ab, ne? Ja Ähm Wir setzen mal ganz kurz Funktioniert es? Funktioniert es? Anscheinend Und ja, Schildkröten sind bei mir und was Ja, kannst du alle mitnehmen Ja Und wie gesagt, wir haben auch einen Kofferraum Im Boat Ich weiß ja nicht, wie viele vielleicht kriechen ich jedes Mal einen Schildkröte eins, oder? Eins, ja Achso Und das ist jetzt ja auch mühselig hier, oder? Eine Meerjungfrau Was? Es hat funktioniert Äh Jaaaa Schildkröten vielleicht, die armen Schildkröten Da ist ein Thunfisch Den schnappen wir uns Mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert Äh Man muss sogar nicht mal so nahe range, weil man kann schon von zig Kilometer weit Ich weiß Also Thunfisch klappt bei mir anscheinend nicht Heli Ah, ich schloss Ich schwimm mal nach oben Willst du zuwinken? Ja, Polizei Können wir auch einfach abhauen? Oh, der fliegt anscheinend Sehr nah, kann das sein? Ja, der ist gerade vorbei Hören die die Schüsse? Ne, ne? Weiß ich nicht Theoretisch müssten sie ja nicht hören, ne Das wäre ja Ging da mit laut einer Heli an uns vorbei Okay Eigentlich nicht Forelle Gebachforelle Jaaaa Also Ich muss ganz ehrlich sagen, Thunfisch geht bei mir irgendwie gar nicht Ich habe keine Ahnung warum Das ist ein dicker Taucher, die Rübig Wie viele Schüsse hast du gesagt, Mausse, wie den? Also ein Schuss, wenn der gerade so passt Also ich habe ja gerade auch eine Schildkröte gehabt, wo ich drei Schüsse gebraucht habe Wie weit ist denn der Fisch von dir weg? Auf meine Höhe? Äh, ich weiß gar nicht wo du da bist Hier unter dir Achso Ja, äh Hier jetzt, direkt vor meine Nase, so Uh, da vorne daneben, gut Das gebe ich zu Warst du richtig auch mit Zielen, oder? Ja Ja Bei ihm gerade hatte er bei mir Bei mir Das du den eigentlich gehittet hast Was essen? Merkehörig Gibt's doch gar nicht Ihr bringt das gute Gelb, weißt du? Und dann Jetzt, äh, er ist es, jaaaa Warum hat das jetzt auf einmal klappt denn davor nicht? Probisch Ja Na gut, äh Ist deine erste Tour, oder wo? Ja, darum, äh So Wo ist denn jetzt hin? Äh Ach, der ist schon tot! Oh, jetzt geht's los hier Ah, mein Taucher so doll Ähm, du bist keiner? Wie sieht denn eigentlich mein, äh, Inventar eigentlich aus? Ach, da ist auch Lang gehen Platz Gut, 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 gut Ähm Da ist einer Oh Ey, wirklich mit einem Schuss? Vorher hat, und vorher hat das nicht geklappt, oder wie? Ziehwasser Ach, ziehwasser Ja, ich glaub's auch lang, ja Gibt's auch lang, ja Gibt's andere Fische eigentlich auch Geld? Gehen alle Fische? Aber wie sagt ihr? Ich glaube, Markele bringt 12.000, äh, ne, was ist das Thunfische? Oh, ein Fisch, ja Oh, ein Fisch, ja 12.000 bringen die Okay Und hier wird so ein Katzenhai bringen zum Beispiel bloß ein Tausender Hm Warum? Warum die Dimension, äh Äh, ich glaub ich hab da so ein Katzenhai gefunden Oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht Das sieht halt wirklich heimäßig aus Nochmal Krähen, das sind kleinere Fische, aber die bringen halt nicht so viel Vielleicht prob- Doch, das sieht nach einem Katzenhai aus Jetzt treff ich den nicht, der ist ein bisschen schneller Oh, du musst ihn nicht sehen Ja, ich hab ihn Äh Äh Ja, das war ein Katzenhai Gut, 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 gut Dann haben wir wieder in Richtung vom Boot schwimmen Die werden ja wohl regelmäßig nachsuchen, oder? Da oben sind wir natürlich Äh, die werden dann bestimmt regelmäßig auch nachsuchen Die Fische Ja, die werden nachsuchen, du musst halt dich immer ein bisschen bewegen, so Ja, das machen wir Oh, hier ist gerade eine, äh Kampfflugzeugüberläufigung Oh, ich bin wieder runter Wenn wir mal ein Mastermännchen wären Ja, wollen wir einfach mal eine Tour verkaufen denn jetzt gleich? Ja, können wir machen Ja, für bloß noch die eine Oh, warte mal, jetzt sind gerade 24.000 Euro vor mir Was, 24.000? Zwei Stück rein? Ja Ich kriege den einigen schon wieder nicht, das ist doch schon wieder ärgerlich Also ich schieße die ganze Zeit immer in First Person, ja? Also so ist Ja, ja, ich auch Und dann geht das eigentlich ruckzuck Warte mal, halt Ja, ging es bei den letzten, äh, paar Fische ging das auch sehr gut Jetzt habe ich ja schon wieder einen dabei, wo es Der will nicht, der kämpft Ja, genau So nicht, ja Ich habe hier gerade Thunfisch über Thunfülle Also wenn ich mir was hingehen lasse Ja, den haben wir Den Kollegen So, hier waren wir noch welche Wo sind denn jetzt alle hin? Ich sage aber Aber? Hier ist alle verkaufen hier Also, bei mir kommt gerade Thunfisch über Thunfüsch Also ich müsste mal kurz einen Apfel essen Oh, das gibt Einen Apfel gibt echt nur 10, ja? Ja? Ja Zehn Nahrung nur Also das heißt, wir müssen mal wieder einen Vorrat sammeln Okay, wie wärst du denn? Wie viel? Jetzt habe ich gar keinen Apfel mehr Keinen Apfel mehr, also Kannst du auch einen, äh Nimm nicht einen Thunfisch zum Essen, aber Ach, warum nicht? Dann nehmen wir das Schildkrötenfleisch Der Preis fällt da nämlich gerade Thunfisch geht nämlich hoch, also 12.000, ne? Ja, ein paar habe ich jetzt schon sammelt Äh, Thunfisch? Ja, jetzt haben wir ihn Ich frage mich eigentlich, warum das hier illegal ist, also mein Gott Das ist doch ganz normal, oder? Ja, das war immer auf dem Meerpferd und, äh, Thunfische mit, äh 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 Das war ganz normales, irgendwie, oder? Ja Darum, das denke ich auch Ah, da vorne ist wieder einer Ja Da haben wir jetzt schon 14 Thunfische Hätten 14! Eigentlich ist die Stelle markiert, wo das Boot ist? Ich hab sie zugemacht, ja Und ich nicht magazin alle denn ist das boot war richtig gut schwimmen so ein bisschen damit wir nicht ganz auf dem Meer sind warum nicht macht doch Spaß ich bin 70 Meter davon entfernt aber ja wir können mal das zurückbringen was wir jetzt ergaunert haben vielleicht bin ich ja ja ich komme hin vielleicht läuft mir ja noch der eine oder andere fisch über den weg wir schon da ich aber auch noch gerade ob hier noch irgendwo ein dicker Thunfischraum schwimmt achso meine Markierung war ein kleines bisschen neben neben den Punkt A ich habe hier noch eine Schildkröte diese Schildkröte jetzt haben wir sie so ähm ja dann komme ich jetzt hoch das Boot war ja offen achso ja Entschuldigung hab ich nicht dran gedacht also ich bin übrigens voll denn hast du schon eine Weile nicht mehr getrunken du solltest schnell etwas trinken sooo ok ich bin drauf ok dann fahren wir jetzt direkt zu Wongs Delikatessen hehehehe gut wir haben mal wieder die Dings hergemacht hier, die Rohrstöpse achso siehst du da war ja was ja stimmt wo war das du kannst glaube ich schon ins T-Menü gehen und schon mal alles aus dem Boot rausnehmen wenn du noch Platz hast äh umlagern und äh so haben wir das ist in dein Inventar äh ja 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 ich habe jetzt 8 mal Schildkröte, 11 mal Thunfisch und 1 Katzenein oh naja sind auch ein paar Euro, oder? sicher gut guck mal ich habe bloß keine Tauchabrolle die Hinsätze verschwommen unter Wasser ok merkwürdig guti ähm ja wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Thunfischjagd war ja erfolgreich mehr oder weniger und ähm was macht man danach wenn man die jetzt verkauft kann davon lasst man der der Abendsonne entgegen ja ok aber die Sonne geht ja bald unter, oder? wegen ok macht's guti ciao tschüss